Hey was geht meine Battlefield Freunde, hier ist euer Swishy und wir haben die ersten paar Stunden Battlefield 2042 gespielt jetzt in der Release Nacht und ich spreche einmal darüber, was mir gut bisher gefällt und was mir überhaupt nicht gefällt, weil es doch einige gute Sachen gibt, aber auch einige Probleme. Alles weiter natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt erstell ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042-News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Beginnen wir mit dem Herzstück, nämlich das Gunplay und Fahrzeug-Gameplay vom neuen Battlefield. Das Gunplay ist wirklich extrem gut gelungen, gefällt mir absolut. Auch die Fahrzeugsteuerung für Panzer fühlte sich ein Stück weiter präziser an, als noch in der Beta. Große Eindrücke der Jet- und Helikoptersteuerung kann ich leider an der Stelle nicht wirklich aussagekräftig wiedergeben, da ich in den vergangenen Teilen auch einfach zu wenig geflogen bin, um das Ganze so jetzt in Battlefield 2042 zu vergleichen. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Map-Design und vor allem wegen der Grafik. Und hier muss man sagen, die Maps sind wirklich abwechslungsreich und sind auch eigentlich ganz gut gestaltet. Optisch hatte ich einige Wow-Effekte auf den Maps, aber auch einige Enttäuschungen. Grafisch sieht Battlefield 2042 nicht wirklich schlecht aus, auf keinen Fall und will ich hiermit auch gar nicht sagen. Aber die Maps wirken genau wie Orbital in der Beta, recht leer und detailarm. Das hatte ich damals schon kritisiert und das haben viele auch schon kritisiert, dass es eben fast schon aussieht wie ein Testgelände von irgendwelchen Spielen. Man sagte ja von den ganzen Tradern, es wird halt eben detailreicher und vor allen Dingen deutlich mehr Vielfalt kriegen, beziehungsweise eher Liebe zum Detail, aber es hat halt eben immer noch ein bisschen dieses Gefühl von viel zu offenen Flächen mit viel zu wenig drumherum. Die Map-Areale sehen ja keineswegs schlecht aus, zum Beispiel auch Kaleidoscope, die Stadt-Map gefällt mir wirklich ganz gut. Es sieht bunt aus, sieht auch wirklich gut aus, die Stadt, aber gerade Close-Quarter-Maps wie Kaleidoscope sind nicht wirklich voll. Die haben immer noch riesenoffene Flächen und es wirkt halt eben so, als würden gerade diese kleinen Teile, wie zum Beispiel Bäume, Mülleimer, Bänke, was auch immer, halt einfach zu wenig vorhanden sein. Somit sieht das Ganze leer aus. Zusätzlich negativ fielen mir gravierende Probleme vor allem in der Release-Nacht auf. Teilweise bis zur Unspielbarkeit. Ich kann euch hier mal an der Stelle mal Sachen zeigen, die absolut nicht gelaufen sind. Man muss sagen, hey, klar, es ist der Release-Tag und man muss auch immer sagen, wie man das aus vergangenen Tagen kennt, Never Play on Patch Day, deswegen ist es halt auch eben am Release-Tag ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber, was mir große Sorgen macht, weil es auch in der Beta schon der Fall war, ist, dass Schüsse total schlecht teilweise connecten. Ich habe hier mal einen Gameplay-Ausschnitt, wo ihr seht, wo ich einfach komplett auf den Körper ziele, und absolut gar keinen Hitmarker bekommen oder sonstiges. Die Schüsse kamen einfach nicht an. Teilweise killt man Leute, man kriegt keine Benachrichtigung, der Kill zählt nicht und, 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 und. Eben bei einer Durchbruchsmap waren wir sehr gut mit unserem Team, waren eben am letzten Viertel angekommen. Und, was war, es ist einfach nicht geupdatet worden. Wir standen quasi vor dieser imaginären Wand, wo man normalerweise eigentlich in die nächste Zone kommt. Die Zeit lief runter und das Gegnerteam, ja, stand hinter der Linie, konnte einen wegholen. Aber im Endeffekt ging es da nicht mehr voran. Das Spiel war unspielbar, musste gequittet werden. Also ihr merkt, es gab sehr viele Probleme in der Release-Nacht und es gab auch das eine oder andere, was vermutlich in den nächsten Tagen nicht besser wird. Man muss sagen, das Map-Design ist gut, ja, aber es ist eben nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, dass eben diese detailreichen Sachen noch kommen werden. Die sind halt eben nicht gekommen, die werden auch erstmal nicht nachgereicht werden. Vielleicht wird das mit anderen Maps später anders sein, aber die Release-Maps werden eben nicht detailreich sein. Aber wir reden auch hier nur von Battlefield 2042 und nicht von den Portal-Maps. Die sehen natürlich klassisch wie in Battlefield 3 und Battlefield 4 ebenso detailreich aus, wie sie auch damals war. Und das ist auch eben ein guter Punkt. Mir fehlt halt eben diese Detailverliebtheit wie in Battlefield 3 und Battlefield 4. Insgesamt wirklich keine schlechte Erfahrung mit Battlefield 2042. Ich bin mir absolut sicher, dass es das Spiel ist, was wir erwarten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass es genau das sein wird, was ich auch die ganze Zeit jetzt spielen werde. Ich habe die ganz verschiedenen Modis natürlich noch nicht stundenlang gespielt. Es geht wirklich nur um den reinen Ersteindruck der Release-Nacht, damit ihr schon mal ein kleines Feedback von mir habt zum Spiel. Also, wie gesagt, Gunplay super, Fahrzeug-Gameplay hat mir gut gefallen, vor allen Dingen von Panzer. Map-Design gefällt mir gut abwechslungsreich. Die ganze Vielfalt eben Portal, Hazard Zone, All-Out-Warfare. Also es ist wirklich nicht schlecht. Auf der anderen Seite paar negative Faktoren. Wie gesagt, diese Details werden erstmal auch nicht kommen. Und eben die Server-Connection ist immer noch ein Problem, genau wie in der Beta. Hat sich von der Beta bis zum fertigen Spiel nochmal viel im Gameplay geändert? Ja, aber auch nein. Wie gesagt, es gibt altbekannte Probleme, aber es wurde auch viel verändert, gerade im Positiven, dass zum Beispiel Maria Falk einen deutlich besseren Eindruck macht noch als in der Beta. Und vor allen Dingen gerade die Spezialisten-Balancing ein bisschen am Anfang sogar außer Kraft gesetzt wurde, da teilweise auch Navin Rao, also mit dem Orton, eben nur auf Stufe 25 erstmal verfügbar ist und nicht direkt zu Beginn. Genau eben wie Webster McKay mit dem Enter. Genug auch von mir an der Stelle, hast du bereits Battlefield 2042 gespielt. Und wenn nicht, was sagst du bisher zu meinem Eindruck? Schreibt es mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns heute im Stream auf 14 Uhr. Euer Swishy.